hallo herzlich willkommen es geht weiter und ich habe sie mal hergerichtet für den anbau gemacht mit der kleine herrie wenn er dann zum kleinkind wird sein zimmer hier unten schön eingerichtet das drin was er vorläufig braucht ich habe auch die familien porträts aufgehängt die wachsen mit dieses hier ist gesperrt das bleibt dann so und die anderen je nachdem wenn harry als ein kleinkind wird dann ändert sich das auf die bilder in verschiedenen größen gehängt und auch oben schlafzimmer ja genau so so ist das so jetzt mal gucken wir haben montag hallo hat montags Wirtschaftliche Abhandlung hat er abgeschlossen. Und Anne hat ja keinen berufen. Aber sie muss noch vielleicht noch knüpfen mit seinem Harry. Harry, Mami kommt. Ah, Mami kosen und schaukeln und reden. Ingel wechseln, Ammer machen. Jo, hast du mal Lust hier hinzugehen, vielleicht ein Bild zu machen für deine Herzallerliebsten? Ich muss mich ein Foto machen. Oh, da ist jetzt der Arm verschwunden. Das ist kein schönes Bild. So, jetzt schönes Bild. Ah, das ist doch schön, wie Anne den auf dem Arm so hält. Da kümmert auch ein tolles Bild. So und anders. Entweder meine ich das nur so, oder hatte ich so lange Arme gerade. Extrem lange Arme. Oh, so, so. Komm, bepa, meschka. Ich tue mal nochmal eins machen. Vielleicht sind jetzt die Arme nicht so lang. Das ist auch noch. Ich kann mir nicht helfen. Das sieht auch süß aus. Oh. Tschüss. Ja. Es reicht. Mmh. Oh, süße Bilder, du bist. Oh, das sind cool. Oh. Oh. Können wir hier auch noch eins hinstellen, oder ist das doof? Oh, das geht. Geht nur hier. ein bisschen Rahmen zufügen, das sieht bestimmt wieder doof aus, ne? Es schwindet hier wieder drin. So war es. Ach. Es ist wieder typisch. Funktioniert wieder gar nichts hier. Ja, so geht das nicht. Ja, hallo. Ah, ein Bild. Oh, da schläft. Stolz vorzeigen. Und natürlich. Tschak. Da an die Post nicht stolz vorzeigen. Hier noch ein Bild hin. Und Rahmen hin. So. Perfekt. Geht doch. Ja, hier sind die Wechselrahmen. Da stecken wir gleich die übrigen Bilder rein. Sind die Arsch an mir? Schwinde dann sowieso. Ähm. Stopp. Pause. Klappt das? Oh. Oh. Schütz dein Kind stolz vor. Gezeigt. Ich habe es wieder nicht mitgekriegt. Komm mal auf und zeig mal jetzt stolz vor. Oh ja, du bist der schönste von Ali, wirklich. Ja. Okay, T-Boo. Okay. Ja. Nochmal machen wir es nicht. Einmal reicht. Jawohl. Jawohl. Der kleine Harry nochmal schreit. Ähm. Nein, Lena. Ah, ne. Du musst es ruhig weitermalen. Was musst du eigentlich nochmal mit 6 ausgezeichnete Gelder fertigstellen? Du erreichen Level 3 der Herstellungsfähigkeit. Ja, wir haben hier so einen Hersteller, aber wir haben immer noch keinen Recycler. Oh mein Gott. Wir brauchen einen Recycler. Okay. Wir haben noch 7000. Das ist nochmal auch was an die Bank zurückgezahlt. Das heißt, wir sollten uns doch jetzt den Recycler anschaffen. Okay. Wir wagen es. Ja, ist er ja. Ich kann den so hinstellen. Das funktioniert schon. Wir brauchen uns sonst noch was. Wir haben den Recycler. Wir haben diese blöde Herstellungsdings. Kärzen haben wir. Den Sprudler. Blöden Maden. Die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Die Maden können wir eigentlich kaufen, denn die brauchen wir ja nimmer. Dann stellen wir das doch so niedrig rein. Jetzt probieren wir mal, ob es funktioniert. Fünfmal recyceln. Das wäre ja dann hier. Was hast du hier? Basilikum Recycler. Das ist ein Teddy. Den brauchen wir vielleicht noch. Panat. Das brauchen wir auch nicht. Bio Benzin können wir auch recyceln. Das hier. Das hier. Ich versuche mal zu recyceln, wenn es geht. Ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Ich versuche, ob ich das auch recyceln kann. So. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Ich nehme die Folge übrigens abends auf. Und falls ihr jetzt in mir kommt, das ist die Frage. Ich meine nämlich immer, sie müssen sehr laut reden. Ich habe jetzt die Brüche schon mal ein bisschen zugehört. Und schon kommt der nächste wieder rein. Na, wie schön. So. Wir haben recycelt. Und wir haben wie viel? Oh ja, wir können vielleicht jetzt mal was herstellen. Aber fünfmal was recyceln. Das ist jetzt echt blöd. Was können wir denn noch recyceln? Wir haben leider nix mehr zum recyceln. Wir haben leider nix mehr zum recyceln. Kürzelkrennt. Wieso brennt die Kürzel? Schalten. Bischen. Das ist die Kürzel. Und Teller beseiteln. Autarkie hat die meisten Stimmen. Dann können wir doch gleich mal gucken hier. Wir haben Autarkie, grüne Initiativen in Pop Promise und Produktionssaubere Energie. Sehr schön. Immerhin etwas. Wunderbar. Was können wir noch recyceln? Wir müssen fünfmal was recyceln. Ich hätte es anders machen sollen. Schlauer. Aber egal. Hier stimmt schon wieder ab. Heute bitte nix. Reicht, wenn Jackson schon da ist. Puh. Ich glaube, hier gibt es nix, was man noch recyceln könnte. Ist ja nicht noch irgendwie. Ah, hier auch. Vielleicht guck mal das. Recyceln. Keine Ahnung. Anne, dein Bild. Okay. Auch nicht schlecht. Was musst du jetzt noch machen? Sieben hast du schon gemalt. Und du hast noch ein klassisches Gemälde malen. Mal gucken. Den Auge recyceln. Recyceln jetzt mal, was geht. trippelst du, oder was machst du? Ja, alles gut. Ja, schön, dass du da warst. Du hast jetzt Anna und dein Enkel kennengelernt. Ja, und? Jawohl. Halt. Nein. Nein, nein, nein. Nein, wir machen weiter. Und der Herr. Wieso haben wir drin gekriegt? Da muss ich... Bitte? Wir recyceln jetzt eins nach dem anderen, bis wir die fünf Sachen gerecycelt haben. Was können wir denn anfertigen? Wow, wir können ein Bücherregal und drei Stelltisch an. Deine Farbe kaufen. Warstuf kaufen. Mal ein Blau kaufen. Mal drei Blaue. toll wirklich jetzt mit farbstoff gekauft und wir können das nicht herstellen mit farbe was wollen das oh mein gott dann stelle noch malen tisch her wirklich und wer bist du jetzt arme ane ane wurde zugetextet und auch immer wer das überschieben ok nach hause schicken ne ane soll das bitte machen nach hause schicken wow ane äh zwergenbild gemalt ok ähm verkaufen zumindest hat sie jetzt schon acht ausgezeichnete und selbstsicheres gemeldet also gut wieso geht jetzt die kerze auf einmal an geht die nur an wenn es dunkel ist ich verstehe das nicht oh tatsache wir gehen die lichter an wenn es dunkel ist ok ok jetzt diese hier mischen ja funktioniert brauchen wir nämlich eigentlich gar nicht so schauen wir mal das ist schon hergestellt hallo wirklich du nicht magst einfach ab jetzt aber genau er will aufstieg so ist die bienchen auf fliege Alina? Nee, doch! Alina, halt! Äh, Alina? Alina! Echt jetzt? Wieso kannst du jetzt auf einmal Alina nehmen? Geht's noch? Also... Die hat doch zusammen noch eine Zeit lang bei Alina und Chucky gewohnt. Und jetzt kennen sie sie nicht noch? Echt jetzt? Schlechte Beziehung, so. Okay. Ist klar. Nachkarriere fragen. Fitnesstechniken reden. Interessen reden. Die müssen echt ihre... Zirn hier wieder aufbauen. Das geht gar nicht. Sie ist die Schwiegertochter und... ...kennen sich nicht. Klatschen. Klatschen. Alina? Alina? Einfach davon. Bon. Die ist auch so dürr, wenn die immer so viel Joggen geht. Wundert mich das nicht. Geht's noch? Geht's noch? Dabei rufen. Wirst du dich jetzt mal mit Alina hier richtig unterhalten? Ist das sowas? Uff. Was hat denn die an? Ja, da guckst du Alina, wa? Ähm. Guck mal, wenn die die Kunst machen. Keine Ahnung. Die wählen nett. Also gut. Komm, dann lass. Ihr unterhaltet euch über den Sound. Sehr nett. Wirklich sehr nett. Äh. Ja. Ich muss das mal verlaufen und dann wird's klappen. Das macht den Erkläden. Hätte ich schon gesagt. Okay. Komm mal aufs Klo und dann geht ins Blatt. Nee, jetzt will sie wieder Rücken treiben lassen. Das macht mich wahnsinnig. Die will nie ins Bett gehen. Ich verstehe das gar nicht. Da hat sie so ein schönes Bett hier oben. Das musst du jetzt Orangensaft gesoffen haben. Echt jetzt? Das kann ich schon mal recyceln. Ich dachte, der ist unkaputtbar. Wir haben den doch so verbessert, dass er unkaputtbar ist. Aus dem Spiel soll man echt einer schlau werden. Ah, nein. Der Stallkühlschrank hat nicht gemacht und den Auffrischer. Okay, ich verstehe. Ja. Und hier. Wir haben alles verbessert. Aha. Wir müssen beide verbessern. Shit. Auch noch. Keine Blümpern. Oh, nee. Ich hab dann doch Zeit, dass du uns mit gehst. Wenn du das herrschst. Ja, lass mal liegen. Ich mach das für dich. Das ist so ein liebes Baby. Das schreit gar nicht. Echt süß. Das hier. Ja. Ja, Anne ist aufgewacht. Ein neuer Tag beginnt. Sie ist wohl Frühaufsteherin. Was man sieht. Und sie will gleich mit den Pflanzen sprechen. Mir wäre es allerdings recht. Sie wird erst mal aufs Klo gehen. Wo sie mit den Pflanzen spricht. Was machen unsere Bienen? Sind die immer noch Gaga? Nee. Aber wir können hier mal alles verkaufen machen. Und hier können wir auch versammeln. Versammeln. Verkaufen. Oh Gott. Ja, wie gesagt, es ist abends. Schon 10 Uhr jetzt. Abends. Ich bin schon ein bisschen kaputt. Also entschuldige. Ich spreche. So. Anne, du kriegst das hin. Oh, guck mal. Du musst noch ein einziges ausgezeichnetes Gemälde anfertigen. Oh. 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 Ist aber auch nicht schlecht. Jetzt stellst du mir erst noch ein Bücherregal her. Ich weiß nicht, ob wir hier eins haben. Ich glaube nicht. Das kann man nämlich dann auch noch frauen. Der kleine Faz. Oh. Eigentlich hätte ich es gern in Blau gewollt. Aber das funktioniert irgendwie noch nicht. Ich glaube, das mit Farbe kommt erst später. Anne? Alles gut? Magst du dich mal mit den Bienen verbünden? Ich bin. Wie ganz schön. Wie ist das denn? Ich ne, wie ganz schön. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Oh, sehr schön. Ah ne. Das ist schon toll. Wow. Und bitte hier einmal alles verkaufen. Und bitte hier einmal alles verkaufen. Und Leo versucht hier wieder alles. Nein, Anne lasst es stehen, bitte hier einschaukeln, sag mal bitte so lieb. So. So. Hm, ich habe schon mal die Großen. Oh Gott. Und? Sehr schön. Das hast du fein gemacht, Anne. Ja. Du musst mich zur Arbeit heute sehen. Oh, ja. Das musst du machen. Das musst du durchsuchen. Hände waschen. Anne, ein letztes Bild. Was malen wir für eins? Impressionistisches Bild. Vielleicht wird das jetzt noch was. Guck mal. Und dann kannst du das auch noch verkaufen. Das ist echt Wahnsinn. Guck euch mal das an. Das sind so klein und die Staffelei echt riesig. Aber das so unrealistisch, das wieder gemacht. Das sieht man fast kaum was. Und scheiteln auch. Und dann ist das nicht so geil. Das sieht man fast. Oh, das ist so geil. Das hat wirklich süß. Moochipichi! Wie sieht man aus, Mist? Passt das? Ja? Oh! Oh! Also wenn das nix wird, dann weiß ich auch nicht. Sieht gut aus. Anne sieht echt gut aus. Ja, natürlich geht Leo zur Arbeit. Ist ja wohl logisch. Oh, Glückwunsch! Guck mal! Anne, Wahnsinn! Ja, wir wollen es verkaufen. Wir könnten eigentlich die Rechnungs-Info mal anschauen. Hm, wieso machen wir kein Wasser? Ach so, es regnet nicht. Lassen wir mal durchfallen. Ja, wenn es regnet, machen wir mal Wasser. Oder müssen einfach nur Taussammler aufstellen. Mal gucken, wie ich das mache. Sehr schön, Anne. Genau, nehmt den Müll. Wir hätten ihn auch recyceln können. Aber okay. Gut. Anne ist fertig mit ihrem Bild. Leo ist zur Arbeit. Wie gesagt, ich beende den Part. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und auch natürlich über ein Abo. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch keine andere Folge. Wenn ihr Lust habt, besucht mich auf dem Discord-Server. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. wenn ihr mit Sims versucht habt. Und wir haben auch eine Facebook-Code und Sims. Was auch noch ist, falls ihr Interesse habt, auch CCs benutzt. Und wenn ihr kommt auf dem Discord, da bekommt ihr dann auch den Link für dieses Bild. Wie gesagt, das aktualisiert sich immer. Ich zeig's euch auch mal. Das ist auch ganz toll. Zum Beispiel, man kann das Outfit ändern. Ja, mit Abendkleidung oder Ausgekleidung. Natürlich auch mit Nachtwäsche. Funktioniert genauso. Alltagskleider. Wie gesagt, das Porträt sperren. Auch die Posen wechseln. Auch die andere Pose. Das macht's alles. Man kann's verkleinern, das Bild. Es funktioniert wirklich gut. Ich bin zufrieden. Die hängt eigentlich auf. Und, ähm... Ja. Wie gesagt, den Link gibt's dann bei mir auf dem Discord-Server. Jetzt bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.